Ich bin der Sangino XD und ich werde euch heute einmal das Licher Bier vorstellen. Das ist ganz normales Pilzner und zwar ich werde es jetzt trinken auf Ex. Ich werde euch davor noch zeigen wie der Bierdeckel und so weiter aussieht. Ich werde das ganz kurz einen Probeschluck nehmen, das bewerten und mache ich jetzt auf. Also der Deckel sieht so aus. Das ist ganz normales Pilzner 0,3 Premium von Licher halt, ich nehme mal einen ganz kurzen Schluck. Erstmal kosten. Schmeckt ganz normal eigentlich, etwas wirklich fein herb, nicht so stark wie andere Billigbiere wie, keine Ahnung, Ferrenbacher oder hier Karlsgrunden. Ansonsten schmeckt das Bier wirklich, es ist gerade im warmen Zustand wirklich ganz normal und jetzt werde ich, für was dieses Format bekannt wird, ein Bier-Echsen, also das da. Es geht los. So, da ist jetzt nur noch ein bisschen Schaum. Und das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und Licher ist eine gute Empfehlung, muss ich wirklich sagen. Lässt sich wirklich gut ächsen, lässt sich wirklich gut trinken. Ansonsten, ja, passt.